so hallo und herzlich willkommen zu der kleinen gitarrenschule der deutschen streber jugend dieser kurz soll dazu die gestressten vor allem jugendeltern jetzt in unserer quarantäne in unserer krisenzeit bei instrumente mit auf den weg zu gehen zu geben wie man ihnen seine kinder zu hause beschäftigt ich habe das selbe problem ich muss meiner tochter auch jedes jeden tag ein bisschen was vorspielen ist eine schöne abwechslung und ist es wirklich nicht schwierig groß wird so aufgebaut dass wir bei dem absoluten anfänger zeug beginnen und anhand dessen das immer verfeinern und immer mehr details dazu nehmen und anfangen tun wir wirklich bei den grundlegenden drei akkorden aufgrund von einem bekannten kinderlied auf der mauer auf der lauer sitzt eine kleine insekt so das wird dann am ende der heutigen einheit ungefähr so klingen es sind insgesamt drei akkorde für den schwierigsten von diesen akkorden braucht ihr drei finger für einen anderen akkord braucht ihr zwei finger und es gibt noch einen akkord da braucht ihr nur einen einzigen finger und schon könnt ihr die gitarre zum klingen bringen falls ihr euch gefragt habt das ist eine gitarre besteht aus korpus hals kopf hier sind die seiten aufgezogen er sind sechs seiten insgesamt gestimmt wird eine gitarre in die dg h und e jetzt aufgepasst hat weiß dass tier und hier dieselbe note klingt es ist zweimal das e genau zusammen spielen man hört es ist derselbe ton nur dieser tiefer und dass dieser höher ist während noch nicht weiß wie man eine gitarre stimmt es gibt recht viele stimmgeräte im handel die meisten sind wirklich wirklich günstig kosten fünfer kann man kann man sich über diverse und versandhäuser bestellen einfach mal schauen nach dem stimmgerät zum klemmen sie sehen zum beispiel ungefähr so aus das ist so ein modell hier ist hier ist eine kleine klemme drückt man drauf bringt das hier am kopf an machen es an hier sind hier ist ein display und dann kann man stimmen wer es kann stimmt seine gitarre nach dem gehör dazu dann in einer späteren einheit mal mehr und beziehungsweise während viel geld ausgeben möchte oder schon getan hat für eine gitarre wie zum beispiel wie bei dieser die hat nämlich ein integriertes stimmgerät da kann man auch so stimmen aber wie gesagt dazu später mehr erst mal ist die gitarre bestimmt in die 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 h h und e und wir beginnen mit unseren ersten paar akkorden die spielen zunächst ein c dur klingt so dabei achten die oberste seite die e seite klinge ich spiele ich dabei nicht dann ich spiele nur fünf seiten also von einer seite also von der zweiten von oben gesehen alles runter so klingt dieser akkord wenn er richtig gegriffen ist wie greife ich diesen akkord ich baue und von diesen finger aus das ist der anker das ist der wichtigste finger bei diesen bei diesen griffbild und dieser anker dieser zeigefinger kommt hier im ersten bund auf der seite also auf der zweiten von unten in den ersten bund so wir greifen mal kurz die note so klingt es so nur der finger alleine zweite seite also haar seite erster bund so jetzt kommt der nächste jetzt kommt der viel beschriebene mittelfinger ich sag jetzt nicht das andere der kommt hier im zweiten bund auf der d seite das heißt ihr lasst eine seite frei hier ist hier ist der zeigefinger der greift schon die ist die nächste seite lasst die frei und die d seite da kommt der mittelfinger in den zweiten bund damit habt ihr schon erstmal so ist wie im dreiklang wenn man diese drei seiten alle greift klingt es ungefähr so schon ist es wohl klingendert drei klang dem fehlt nur noch die bassnote c die befindet sich hier auf der a seite im dritten bund und dafür nimmt er den ringfinger wie gesagt zeigefinger hat h seite zweiter bund eine freilassen mittelfinger die seite zweiter bund und ringfinger a seite dritter bund und schon haben wir ein cdu akkord und der klingt so dran denken die oberste seite nicht mit anspielen sonst würde es ungefähr so klingen ein bisschen schief weil die der ton in der tiefe nicht so wirklich dazu passt es war mit im cdu mit enthalten aber den in bass zu setzen war es nicht ganz so gut deswegen greifen wir nur von der a seite von der fünften also die erste weglassen die ist jetzt für den akkord nicht existent und ab hier runterspielen nämlich 1 2 3 so klinken sie nur so jetzt mal kurz wieder finger lockern jetzt kommt der zweite akkord wir spielen ein f-dur f-dur kann man auf verschieden starten weisen greifen die gängigste variante sind bei akkord dabei nimmt man den zeigefinger und drückt alle seiten runter ist super super schwer gibt noch ein paar andere und schlaue ideen wie man das alles machen könnte ich finde die einfachste zur variante ist den f-dur-dreiklang zu greifen und wer aufgepasst hat das hier war unser cdu der f-dur-dreiklang unterscheidet sich vom griffbild hier nicht großartig wir beginnen wieder mit dem zeigefinger mit dem anker und der anker liegt genau da auf wo er beim cdu auch liegt in das auf der zweiten auf der h seite im ersten bund da kommt der mittelfinger hier der hier der kommt auf der g seite also auf der direkt darüber in den zweiten bund wenn man die beiden zusammenband spielt dann klingt es so und der ring finger genau wie beim cdu kommt auf der dritten von oben auf der d seite in den dritten bund und zusammen klingt es so hierbei ist es wichtig dass man wirklich nur die gegriffenen drei seiten spielt nur ausschließlich die die darüber und die darunter wird nicht gespielt nur diese drei da muss man ein bisschen genau mit dem greifen sein falls man aus versehen die e seite darunter hier die tiefste mit anschlägt klingt es ein bisschen transzendent klingt es ein bisschen verträumt ist aber nicht weiter schlimm aber schöner wäre wenn man wirklich nur diese drei selten greift so das wäre unser f-dur wir wiederholen jetzt hierbei wird wird es langsam ersichtlich wie wenig arbeit das umgreifen eigentlich ist cdu f-dur cdu f-dur das bedeutet dieser anker dieser linkfinger da bleibt eigentlich die ganze zeit liegen der ton ist in beiden akkorden mit enthalten und diese beiden finger so wie sie liegen wandern einfach nur jeweils eine seite nach unten oder nach oben und schon habt ihr ein akkordwechsel cdu f-dur so und jetzt kommen wir zu dem letzten akkord und auch zu dem einfachsten zu dem g du und diese greifen der ring finger auf der e seite oben im dritten bund und der mittelfinger auf der darunter liegenden a seite im zweiten bund und wir spielen alles außer der unteren e seite und ansonsten werden alle durch dann durchgespielt so muss es dann ungefähr klicken wenn man sich alle drei akkorde nebeneinander anschaut dann greift man hier ein cdu wechselt zum f-dur also diese beiden finger jeweils eine seite nach unten und dann zum g-dur dann wandern diese finger in die oberen seiten also hier das e und hier das a und dieser finger der anker der lässt einfach los nicht am besten beim umgreifen nicht so loslassen nicht den ganz wegnehmen nicht verstecken sondern es ist ganz ganz wenig weg den er zurücklegen muss er geht einfach stützung greifen er muss nicht nicht viel machen und dann wenn man den finger wegnimmt greift man ein g-dur das war es eigentlich schon und zusammen wenn man diese akkorde greifen möchte dann spielt man noch mal gestrichen mit dem daumen und ungefähr so klingt das so dann wünsche ich viel viel spaß beim üben beim nächsten mal zeige ich wie das lied aufgebaut ist und was man mit diesen akkorden noch ein bisschen spannendes anstellen kann bis dahin auf wiedersehen